Ich setze mich ganz klar dafür ein, weil es mir einfach auch am Herzen liegt. Es ist extrem wichtig, dass man Leute vorfindet in den Fahrschulen, die auch eine gewisse Affinität haben, jemandem das beizubringen, das Motorradfahren, und somit natürlich eine ganz andere Synergie dadurch entsteht. Und dadurch weiß man, wenn man dieses Prüfsiegel hat, dass man eben in guten Händen ist und dementsprechend gut aufgehoben.